Servus, Markus Eisenschmidt hier von den Adler Mannheim. Ich habe bei mir selbst gemerkt, dass ich nachts oder auch unter Tag sehr viel knirsch oder meine Zähne eben zusammen beißt und hatte oft auch Verspannungen im Nacken, im oberen Rücken und habe dann über einen Freund vom Andi erfahren und habe dem Andi dann geschrieben, ob er mir da weiterhelfen kann mit meiner Problemlage oder mit meinen Problemen und dann haben wir relativ schnell getroffen, haben einen Termin vereinbart, sehr, sehr unkompliziert und haben dann darüber geredet, an was es liegen könnte. Ich meine, der Andi hat mich dann direkt auf den Stuhl gesetzt, hat alles durchgecheckt und hat dann doch das eine oder andere gefunden und mir eine Schiene angefertigt, die relativ zügig bei mir angekommen ist und ich muss sagen, dass ich sehr, sehr begeistert bin davon. Ich trage sie jede Nacht, trage sie auch gerne, trage sie nachmittags zu Naps, jederzeit und auch ab und zu mal so, wenn ich merke, ich bin gestresst und beiß meine Kiefer einfach gerade zusammen und weiß nicht wieso. Im Endeffekt glaube ich wirklich, dass es die Nackenmuskulatur stärkt, dass der Nackenmuskulatur hilft, dass es meinem Kiefer allgemein geholfen hat und auch einfach meiner Nacht ruhig. Ich habe das Gefühl, ich schlafe ruhiger, ich wache erholter auf, also sehr, sehr viel Positives zu berichten und vom Andi selbst natürlich auch. Man wird sehr, sehr toll in Empfang genommen und die Behandlung beim Zahnarzt macht tatsächlich Spaß. Ich wusste nicht, dass ich das jemals sage, aber wirklich, ich würde jederzeit wieder hingehen und werde ich auch machen und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. 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 Ciao.